Herzlich Willkommen hier noch mal aus Österreich. Neben mir ein sehr bekanntes Gesicht, Laura Hottenroth. Du bist hier sehr spontan an die Startlinie gegangen und gekommen. Weil eigentlich so ein Rhythmus, du bist in Endstädte gelaufen, das liegt jetzt fünf Wochen zurück. Und dann kam sehr kurzfristig die Entscheidung. Jetzt bist du auch tatsächlich hier. Wie kam es dazu? Und was hat dich da bewogen, hier noch mal zu versuchen, auch die Olympia-Quali anzugehen? Ja, also erstmal zur Endschäde. Da war ich im Ziel erstmal überglücklich, fünf Minuten PB gelaufen zu sein und die Olympia-Norm so deutlich zu unterbieten. Aber schon so ein paar Nächte später kam dann so das Gefühl auf, okay, was wäre wenn, weil zu dem dritten Platz im deutschen Team haben wir ja dann eine Minute und sieben Sekunden gefehlt. Und im Rennen waren halt so ein paar Dinge, die halt nicht so ganz optimal liefen. Also hinten raus hatte ich ein bisschen ein muskuläres Problem bekommen. Und ja, dann war das mit dem Pacer ein bisschen unglücklich gelaufen, dass ich ja dann am Ende alleine da stand. Und dann, ich glaube, das kennt jeder Läufer. Dann denkt man sich so, okay, diese eine Minute und sieben Sekunden von dem Kindheitstraum Olympia trennen mich jetzt. Und mal abwarten, wie die nächsten Wochen so laufen im Training und wie die Erholung läuft. Das kann man ja nicht vorher so wissen. Also ich habe da auch keine Erfahrung. Aber dann, ja, habe ich gemeinsam mit meinem Vater, also im Training dann geschaut, wie es ging. Und ich hatte jetzt nochmal einen Dreißiger. Der war sehr gut, auch besser als vor Endschäde vor zwei Wochen. Und dann noch eine gute Trainingseinheit. Und dann haben wir gesehen, okay, der S7-Marathon kann man mal einen Blick drauf werfen. Und ja, dann wollten wir erst mal abwarten, wie die Bedingungen überhaupt hier sind. Es hätte ja sein können auch, dass jetzt hier total heiß wird. Also war ja das Gegenteil. Dann wäre das nichts geworden. Aber dann haben wir uns ziemlich kurzfristig am Dienstag dann definitiv entschieden und sind hier runter gefahren. Und ja, jetzt, ich meine, du fragst mich noch zum Rennen. Aber ja, vorher habe ich mich auf jeden Fall von den fünf Wochen erholt gefühlt und hatte auch ein sehr gutes Gefühl im Rennen. Ich würde nochmal zurückgehen, Endschäde, weil du bist ja sehr, sehr stark angegangen, ja, mit Kata Heinich zusammen in der Gruppe. Steinruckt, Entschuldigung. Und ihr wart auf 226 Kurs, ja, und das sah ja unglaublich souverän aus. Und du bist da gut mitgekommen. Und dann hinten raus, hast du dann schon die Federn gelassen. Das heißt, wärst du dort wahrscheinlich auch ein Ticken langsamer? Wärst du vielleicht auch Richtung 227 gegangen? Oder was denkst du? Ja, also ich wollte schon so anlaufen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich auch gut gefühlt. Bis also dann so von der Atmung her, vom Herzschlag her, war es jetzt auch nicht, dass ich überanschränkt war. Aber so die Oberschenkelinnenseite ist zugegangen bei 32, 33 und habe dann abreißen lassen. Und dann war es ja so, dass Simon und Steffen sind bei Kata geblieben. Ein Pacer von NN ist mit mir zurückgefallen. Dann kam Rabea von hinten. Dann ist der Pacer nur leider, als ein Motorrad kam vom NN-Team, was dem gesagt hat, er soll jetzt zu Rabea wechseln. Und dann meinte er, sorry Laura. Und dann muss er sagen, er muss sagen, Kjell, please wait. Und ich muss sagen, no, I can't. Und dann war ich halt ganz allein auf der Strecke. Und ich muss dann auch sagen, ich habe mich dann vielleicht auch ein bisschen hängen lassen. So am Ende, als ich mich dann die Uhr gesehen habe, die getickt hat, dann konnte ich doch noch mal mich mobilisieren. Und dann denkt man sich halt schon, okay, hätte ich mich nicht mal vorher mobilisieren können vielleicht noch mal. Aber es ist halt schwierig, wenn man da ganz alleine ist und halt auch nicht irgendwie noch mal sowas hat wie Brandenburger Tor oder Musik am Straßenrand oder so. Sondern man läuft ganz allein und da war ja auch irgendwie kein Trainer und Manager zugelassen. Ja, und dadurch kam auch dieses Gefühl, okay, wäre dann nicht noch diese eine Minute und sieben Sekunden irgendwo gegangen. Und ich denke, so mit meiner zehn Kilometer Zeit und auch der Halbmarathonzeit war das Angehen mit Kata schon auch die richtige Entscheidung. Ja, wir hatten uns das auch schon gefragt, gerade bei dieser Peso-Situation, dass es nicht vorher geregelt worden ist. Also man kann ja Szenarien mal spielen und es gibt schon ein paar im Rennen, aber zu sagen, okay, das und das kann eintreten und dann passiert auf jeden Fall das und so. Wie läuft das? Also ist man jetzt wieder hinterher schlauer? Ja, hinterher ist man schlauer. Also ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber das lief für mich sehr unglücklich, ja. Okay, gut. Dann lassen wir das mal hier so stehen an der Stelle und trotzdem war es, was glaube ich, du hast selbst gesagt, fünf Minuten PB und so weiter und dann hat ja vieles auch gestimmt. Ich würde das auch noch mal kurz mit beleuchten, weil du warst letztes Jahr, hast du dich zum Beispiel auch mal für die Challenge Davos vorbereitet, was mal so ein kleiner Einschub war im Hinblick Triathlon und so weiter. War das noch mal so eine trainingsphilosophische Neuerung, die dann vielleicht auch jetzt das Marathon-Training Ja, letztes Jahr Davos, genau. Es war auch schlecht, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hatte wirklich in letzter Zeit relativ viel Pech, ja, selten Glück. Davos war auch, ich war wirklich auf dem Triathlon mit Schwimmtraining und Radtraining auch, denke ich, ganz gut vorbereitet, hatte mich da schon ziemlich drauf gefreut und leider war es ja dann nach der Schwimmdisziplin ja durch das Gewitter ausgefallen, mal nicht durch Corona. Und ich fahre sehr gerne viel Rad und bin auch letztes Jahr viel geschwommen. Ja, nach Davos jetzt leider fast gar nicht mehr aufgrund von Corona, deswegen muss ich jetzt auch mal erst wieder reinkommen. Ja, im Training fahre ich gern viel Rad, ich glaube, das ist auch bekannt und ich denke, das hilft auch für den Marathon, ja. Okay, und dann waren es jetzt, wie gesagt, auch gute Rennen, auch die Halbmarathon-WM und so weiter, wo es ja dann schon richtig, richtig gut geht. Das war mal ein Rennen, wo es gut lief, ja. Da war kein Regen oder was am Start, da war einfach, da war es gut. Kommen wir hier zu diesem Rennen, ja. Also Dienstag hast du gesagt, kurze Hand, auf einmal haben sich dann die Starterlisten, Starterlisten noch gefüllt, Anja Scherl hatte noch nachgemeldet und jetzt hat man extra auch hier so ein Dreitagesfenster gelassen und hat natürlich dann trotzdem nicht das beste Händchen bewiesen, was natürlich auch jetzt dem Veranstalter nichts vorzuwerfen ist. Es ist halt einfach so, ich meine, wir sind hier im Gebirge, da ist auch das Schlema anders. Und jetzt war es heute wieder in den Rennen sehr kühl, regnerisch und dann, ja, erzähl selbst. Ja, also vorab erstmal vielen Dank an den Veranstalter, der es ja wirklich sehr gut organisiert hat und dem kann man nichts vorwerfen, die Bedingungen kann er nicht beeinflussen. Und an sich würde man erstmal denken, okay, haben wir auch vorher gedacht, kühle und leichter Nieselregen ist ja nicht schlecht. Dass es dann halt richtig anfängt zu schütten, ich glaube, damit konnte jetzt keiner so rechnen. Und es hat halt nicht nur kurz geschüttet, sondern die ganze Zeit. Und es ist halt, was man jetzt von vielen hört, halt wirklich die Muskulatur dann schnell zugegangen. Ich bin deswegen aber auch in Dreiviertelhose gelaufen. Das wäre jetzt eigentlich, war ich darauf vorbereitet. Aber das ist für Halbmarathon noch okay, für zehn Kilometer, für Marathon so Dauerregen, nasse Socken, nasse Schuhe, komplett unterkühlter Oberkörper, wird dann schon schwierig. Also kann klappen, aber ich glaube, heute, wenn man sich jetzt die Zeiten anschaut, die jetzt gelaufen wurden, ja, war das leider nicht im Sinne der Athleten. Ja, klar, man muss ja auch mal sagen, so ein Wärmehaushalt, ne, zweieinhalb Stunden, mal eine Stunde Marathon, Halbmarathon-Distanz oder Stunde zehn, das geht dann schon mal, ja. Du bist da auch ein bisschen wärmer, hast mehr Outcome und ihr als Frauen habt ja sowieso auch nicht so viel Muskelmasse, demzufolge ist natürlich auch nicht so viel Wärmeproduktion gegeben und dann auch die Unterkühlung halt viel krasser, ja. Und das wäre dann schon noch mal hinten raus auch nicht so einfach geworden. Ich habe das im Ziel gesehen, auch wie Anja und so ankam, also das sah jetzt nicht so angenehm aus, wenn man das mal positiv ausdrücken möchte, ja. Klar, und ich wollte mich jetzt halt auch nicht im Hinblick auf den Europacup-Dart komplett kaputt machen, das hatte ich auch im Vorfeld schon gesagt, also das Ziel war halt, die 226-55 zu unterbieten und wir hatten hier eigentlich eine tolle Gruppe zu Beginn, auch noch mit der Kanadierin und mit verschiedenen Pacern hier von RunTogether und die haben auch wirklich gute Arbeit gemacht und das Profil, ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich bei euch im Livestream auch rüber, ist halt nicht gleichmäßig, ist leichte Wellen drin und auch mal ein paar größere Wellen drin, sodass wir also wechselhaftes Tempo gelaufen sind, also mit der Zielzeit 1-13-0-0 im Halbmarathon und zwischendrin waren wir eigentlich alle überzeugt davon, auch im Zeitplan zu sein und dann aber kam die Halbmarathon-Uhr und wir haben gesehen, 1-13, ich glaube, bin ich durchgegangen, 50 und das war erst mal so, oh, okay, damit hätte ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht gerechnet, weil ich wirklich dachte, wir wären im Zeitplan, das dachten die anderen auch und das dachten auch die Pacer. Wie das jetzt passiert ist, kann ich nicht so sagen, ich meine, es gibt jetzt viele, die hinterher auch gesagt haben, also verschiedene Anbieter auf den Uhren, die Strecke, wäre irgendwie nicht richtig vermessen, je nachdem und wäre 300 oder 600 Meter, also 300 im Halbmarathon oder 600 Meter im Marathon zu lang, ja, weiß ich nicht, aber ich meine, die Pacer haben sich einen guten Job gemacht, wir waren im Halbmarathon zu langsam und 1-13, 50 oder 54, glaube ich, dann mal zwei, habe ich mir dann die nächsten Kilometer überlegt, okay, entweder werde ich jetzt schneller, was ich jetzt aber bei diesen Bedingungen mit dem Regen und der immer kälter werdende Muskulatur bezweifle und dann macht es halt keinen Sinn, weiterzulaufen, ja. Ich denke schon, die Strecke wird schon exakt vermessen gewesen sein, auch in Thais hat eine neue Bestzeit aufgestellt, ja, und dann wäre es ja nochmal krasser gewesen, also ich glaube, das ist auch eine gute Form. Ja, der war auch in Dresden zum Beispiel, der hatte auch vorher, ich glaube, irgendwie Lebensmittelvergiftung oder sowas gehabt, aber ich meine, das spricht ja schon dafür, dass das Bestzeiten aufgestellt worden sind, es gibt Olympia-Qualifikationszeiten, hier war gerade auch die Tschechin und die Kasachin und so, die dort auch das erste Mal unter 230 gelaufen sind, also, ja, und GPS, du weißt selbst, GPS ist eine Orientierung hin und wieder, okay, also ich gehe davon aus, mit so viel Aufwand und das ist ja hier wirklich top organisiert, auch wenn man das drumherum betrachtet, Hotel, Athletenhotel und Corona-Situation, wie das gemanagt wurde, die ganzen Shuttle-Geschichten und so weiter, dass dann auch die Strecke ordentlich vermessen wurde. Ja, also dem, wie gesagt, die Veranstaltung war wirklich sonst super organisiert und da auch vielen Dank an den Veranstalter, hatte wirklich, ja, die Bedingungen konnte ja nicht beeinflussen und sonst hat er wirklich in der kurzen Zeit hier eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt. Eine Frage hätte ich noch und, ja, gerade weil jetzt die 2.26.55 ist natürlich die Zeit von Rabea, nee, von Deppi Schöneborn, Rabea war auch nur sieben Sekunden langsamer, aber dass da die Gals zu beschlagen, ganz ist ein sportlicher Wettstreit, das ist eben so, dass die Qualifikationszeiträume auch so lang sind, jetzt für dich vielleicht gut, wenn das noch ausgegangen wäre, aber für diejenigen, die natürlich qualifiziert sind, irgendwie auch doof und jetzt sind sie ja auch gar nicht mehr so, ich weiß nicht, wie viele Wochen bis zum Olympiamaraton, das wäre gar nicht mehr viel, ne? Ja, also klar, wenn es jetzt für mich geklappt hätte heute hier unter optimalen Bedingungen, dann hätte ich mich natürlich darüber gefreut, aber ich denke, im Sinne für ein gutes Olympia-Abschneiden würde ich es auch gut heißen, wenn der Zeitraum für die Olympia-Quali verkürzt werden würde, so dass dann irgendwie im April mit zum Beispiel der Deutschen Meisterschaft, wo am besten auch noch alle dann antreten, dann Schluss ist oder man so ein Trial-System macht, das würde ich auch befürworten, schon seit langem und dann gibt es auch dieses ganze Theater nicht, dass jetzt, ja, die Plätze bis zuletzt so ungewiss sind. Ich meine, das macht es für den Zuschauer vielleicht spannend, für die Athleten macht es das ganz schön stressig. Ja, aber irgendwann ist es dann auch mal gut, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, wie sich Debbie oder so dann fühlt und dann ist es dann irgendwie auch immer blöd, wenn man so halb auf dem Schleudersitz ist, gerade wenn man den dritten Platz hinner hat, Hendrik ging es ähnlich und so, das ist, ja, nichts so Angenehmes, ja? Und finde ich aber gut, Zeitraum zu verkürzen, aber vielleicht kommt das ja, mal gucken. Ja, also denke ich auch, sind wir mal gespannt. Ich meine, insgesamt ist ja freundlich, wie viele deutsche Frauen jetzt halt die Olympia-Norm unterboten haben und ich hätte mir selber auch vor allem ja nicht erträumt, die Olympia-Norm zu laufen, auch wenn das jetzt halt selbst mit einer Minute 28 unter der Norm nicht reicht, dann ist das jetzt so und wir haben ein tolles Team, was zur Olympia fährt. Ja, das ist dann wieder die Krux an der Sache, ne? Minute 28 unter der Norm und dann auf einmal reicht es nicht und es ist eben so, aber es gibt bestimmt noch andere Chancen, ja? Und nächstes Jahr ist wieder EM und es geht ja immer weiter, es gibt ja ausreichend sportliche Highlights. Ja, in dem Sinne. Laura, vielen Dank und auch wenn, ich meine Olympia, ja, vier Jahre, aber jetzt sind es ja nur noch drei, schon ein Jahr weniger, dann vielen Dank. Ja, gerne.